Bei einem Anschlag auf einen Militärstützpunkt im Nordwesten Pakistans sind mindestens 35 Menschen getötet worden. Pakistanische Taliban bekannten sich zu dem Attentat, das sich 240 Kilometer von Peshawar entfernt ereignete. Vier Selbstmordattentäter, so die Taliban, hätten den Stützpunkt mit automatischen Waffen, Granaten und Sprengstoff angegriffen. Der Anschlag sei eine Vergeltung für den Tod zweier Taliban-Kämpfer bei Angriffen durch US-Drohnen.